Musik Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ich bin wieder bei The Walking Dead A New Frontier am Start und ja, es ist viel passiert und wir besuchen jetzt Kate im Krankenhaus. Für die, die es nicht wissen, was hier überhaupt gerade abgeht, die neu angeschaltet haben, hier oben nochmal Part 1 für euch. Und für die, die gar keine Ahnung haben, unten in der Videobeschreibung nochmal The Walking Dead Season 1. Also die wirklich keine Ahnung von diesem Genre haben, von The Walking Dead an sich, schauen da am besten einfach mal rein. Dann wissen sie genau, was hier eigentlich abgeht und ja, wir sehen uns, also wir schauen jetzt, wie es weitergeht. Oh, hey, hey, kid, got everything you need? Uh, yeah, this place is like a resort. Check it out, Javi, noodles in a cup. We need to get you some real food, stat, turn you into a soldier. Javi, I'm glad you're okay. I was gonna say the same about you. Damn, it's good to have you back. Look at this family. Look at my wife. Isn't she the most beautiful woman alive? Come on. With the lights off, you could mistake me for a walker. A damn fine walker. Gross. You're a lucky man, David. We're all lucky. Oh, what? You okay? Oh, shit. I'll get the duck. It's war ein Trick. I just needed to talk to you, alone. I'm scared, Javi. More than I was the whole time on the road. Even when I thought I was going to die. Everything inside me screams to get away from here. These people are killers. And David? David threw his own brother in a cell. Let's just get you better, Kate. The facility's here. I don't care about facilities. We didn't find without them before. You didn't have a ruptured spleen before. These people nearly killed me, Javi. These people nearly killed me, Javi. David's people. Have you forgotten, Mari? Of course not. It's always been you and me on the road, Javi. That's how we've made it this far. Please. Promise me we'll go back to that. The first chance we get. This place. It's a cage. We can't let ourselves get locked in. I hear you, Kate. But we can't just turn our backs on this place. On my brother. Javi. We have to try to make it work. I used to say that about my fucked up marriage. Guess it still applies. Whatever. Just, please. Please don't leave me alone for too long. Feeling better? How you doing, sweetheart? David reported some pain. It's less now. Strange how it just comes and goes. Doesn't seem normal. She was rambling a bit. I think she's delirious. Well, she seems cogent now. But it's nothing to be alarmed about. Pain often comes in waves with abdominal wounds. I'll give you something to take the edge off. In case it comes back. Truly superlative work. I thought I'd have to operate. But all she needed was IV fluids and some antibiotics. How did you find someone with skills like these? Wound like this kills nine out of ten. That would be Eleanor. One of my friends you threw in quarantine. She's no use to anyone there. We should let her out. I'll vouch for her. Agreed. I'll have Ava bring her here. I want to meet this Eleanor. I'm sure she'll be an asset to our community. You can't just cherry-pick who you want. Why don't you let them all out? Can they all perform surgery on a dirt floor with a pair of pliers and no anesthetic? There's your answer. Javi and I have to go meet some people now. See if we can't prove he's worth a damn. We're gonna take a real good carry. Okay? Send my apologies, David. I won't be able to make it. Feelin' okay? Fine. I just want to keep an eye on my patient. The others know my vote is with you. Come on. Hmm. Remember what I said? When we meet these guys, keep what happened to Mariana to yourself. Badger is one of my guys. And I will handle him. Okay. Das ist jetzt echt eine verzwickte Situation. Scheiße. Ich meine, sie möchte von David eigentlich nichts mehr wissen. Ich kann aber auch jetzt nicht einfach die Frau schnappen und abhauen. Das geht ja auch nicht. Ich meine, das ist mein Bruder. Ich muss mich ja irgendwie in die Lage reinversetzen. Ich habe ja einen Bruder, also ich könnte das meinem Bruder nie antun. So was. Geht einfach nicht. Das ist, das ist Familie. Fertig. Das ist, das ist mein Bruder. Das ist alles, was wichtig ist. Ah, der Bruder. Javi, kennst du die Leute. Klint ist die Produktion der Food-Produktion. Die Produkte, die du gesehen hast, das ist ihm und seine Leute. Jones ist eine Brücke für den Außenwelt. Sie hat Kontakt mit anderen Settlementen. Schön, dich zu treffen, Javi. Ich glaube, dass du gut bist. Ich hoffe, dass du nicht so gut bist. Einige unserer Leute haben ihre Gute mit ihren alten Leben gehalten. Oh, ja. Die Selle, die du mir in hast, war total 5-star. Entschuldigung. Wir müssen uns vorsichtig sein. Ich bin sicher, dass du das verstehst. Wir waren gerade zu essen. Klint versucht mich zu überzeugen, der essenzialen Aufmerksamkeit seiner Kreme-Spinache über meine Magnifizante Blak-Forest Gatteau. Das ist kein Kontext. Spinache hat reale Nutritional-Value. Javi, schau mal auf die Tafel. Du sagst mir, was du lieber in dein Blatt. Spinache von Klint's Garden? Oder eine Delikazie von dir? Alles sieht so gut aus. Ich will das alles. So polite, David. Du bist sicher, dass er dein Bruder? Ich kann nicht glauben, einen Diplomaten. Sempre sagen eine Sache und denken eine andere. Bitte, fühlst du dich. Du bist so gut. 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 Entschuldigung, wenn ich direkt sehe. Wir sind meistens ziemlich strikt, wer wir unsere Türen zu öffnen. Dein Bruder betrifft viel. Ist das so? Die drei von uns, und Dr. Lingard, machen hier alle Entscheidungen. Also, ja. Die Leute, die mit uns bleiben, müssen sie mit uns bossen. Ich sage nicht, dass du nicht würdest, aber... Also, wir haben gerade festgestellt, dass David... Also, er hat viel Einfluss, aber das ist eher so eine... Ja, so eine Ratsmitgliedersache. Da sind verschiedene Faktoren gegeben. Verschiedene Personen, die Entscheidungen treffen. Also, so einfach wird es wohl nicht werden. Schauen wir mal... Hören wir mal weiter zu. Achso, eins muss ich dazu noch sagen. Tut mir leid, dass ich jetzt so oft unterbreche, aber... Es läuft darauf hinaus, wie die Serie zu werden. Ich habe da ein bisschen Angst davor, weil in der Serie ist es ja so, dass es auch viele Siedlungen gibt und die Zombies, worum es sich ja eigentlich handelt bei The Walking Dead, ja. Immer mehr in den Hintergrund rücken. Ich hoffe, dass es bei dem Spiel jetzt nicht so läuft, weil deswegen habe ich das Spiel so gefeiert. Aber... Letzten Endes, wir müssen damit klarkommen, ne? Und deswegen schauen wir jetzt trotzdem einfach weiter. Ja. 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 Wir haben ihn langsam schluggerät in der Orchard auf der Shenandoah. Wie ist das? Ich habe ihn wieder zurückgebracht. Wir hatten eine gute Runde da. Für so lange wie es dauerte. Was passiert? Was immer passiert. Wir haben die falsche Menschen gezwungen. Das ist das, was uns zu beginnen. Wunderbar, was das eine gute Art von Körper ist? Es ist unser Littes-Test für Loyalität. Ich habe gesehen, Mark, ein paar Mal. Du hast es wahrscheinlich gesehen, bei den Garten. Genau, Javi? Wir haben ihn alle als ein signer der Erwartung. Es war eine krülle Antwort auf ein schwieriges Problem, und es hat immer noch nicht funktioniert. Bitte verstehe. Wir hatten einen schrecklichen Winter, nachdem wir hier sind. Wir... Wir haben einen großen Teil. Wir haben einen großen Teil. Wir lieben die Menschen, die in unsere Leben verlassen haben. Wir lieben die Menschen, die Menschen aus diesen typischen Leiden, das ist das, was mich wundere. Das macht mich aus dem Nacht. Das macht mich als eine Perpettual-Nightowel. Ich weiß, es ist viel zu fragen, aber ich will sie nicht mehr auf das Gefühl haben, es wird sie nie wieder 경험. Ich weiß, wie Sie fühlen. Versehen, die Menschen, die ich mich überwenden, zuhören. Es ist eine Schmerz-Geräusche. Ich möchte sie einfach aus demachen. Es ist ein Nobel, eine gewünscht, für einen, Max? What are you doing here? I sent for him. Since when does he answer to you? From what I hear, he's well acquainted with your brother. They exchanged a few bullets outside our walls. Is that right? Is there bad blood between you and Max? Nothing that can't be worked out. I want to hear that from Javi. Let's just say I wouldn't invite him to my wedding. Yeah, I wouldn't fucking go. Good. Because I just said you wouldn't be invited. Max, how did this start? Don't look at him. You have an obligation to tell the truth. We caught him siphoning gas from one of our vehicles. Max, sorry, David. I know he's family, but your brother's a thief. Is it true? Is it true? Answer her. Did you steal gas from us? I was scavenging whatever I could find. I had no idea it belonged to you. You just asked. We'd have given it to you. That, that's not all. Rufus said Clementine ran his truck off the road just to break him free. Clementine? A girl we had trouble with in the past. You can always judge a man by the company he keeps. Running with that girl don't look good. I would say not. What's your problem with Clementine? You got a lot of hate for a teenage girl. We kicked her out for a reason. Now you two are thick as thieves. This is who you're asking us to bouch for, David? Seriously? You know we can't just open our doors to bandits. We're trying to build something different here. You think I'm bad? You have maniacs running around out there who are much, much worse. I'm not sure what you mean. We hold our people to the highest standards. Javi? You have something to say? One of your people, some asshole called Badger, he put a bullet in a little girl. My niece, David's daughter. What? Dammit, Javi, I told you I'd handle it. No, David. This cousin fucking dirtbag has the balls to accuse me. He and Badger destroyed an entire town. That's enough. No. We need to hear this. Go on, Javi. Sounds like you've got more to get off your chest. They overran Prescott with walkers. Ran them in on trucks. Badger did that. Not me. You were right there next to him. I tried to get him to stop, I swear. David, we warned you about getting your soldiers in line. We don't know all the facts. We know enough. She's right, David. You've lost control. I want them gone. All of them. Take Javi and everyone in the quarantine to the gate. Send them out with enough weapons to defend themselves, but no more. Hmm. Look, we can't fight this. Not now. Kate and Gabe will be safe here. You're doctor friend too. But the rest of you, you're gonna have to do what they say. I'm sorry. It's out of my hands. Are you fucking kidding me? Just play along, okay? I'll help you when I can. Just stay alive. Okay? Okay. Okay. Okay, anscheinend haben meine Antworten jetzt ein bisschen Clinch ausgelöst. Ich bin jetzt geringfügig, so dass wir rausgeschmissen werden. Ähm. Aber ich bin nicht der Typ, der einfach nicht die Wahrheit sagt. Und er hat angefangen, mich zu beschuldigen. Also uns. Also warum zur Hölle? Soll ich da mich zurückhalten? Auf gar keinen Fall. Ja. Gut Spaß. Gut. David pack this. He did. They said. Start walking. What about Eleanor? Walk. Eat shit. Answer my fucking question. God damn it, Harvey. Let go of me. This isn't gonna help Eleanor. Don't make it worse for her. Do not fuck this up. There's a settlement a few miles west of here. Don't come back. Oh man. Jetzt haben wir es endgültig geschafft, alle gegen uns aufzulehnen. David screwed us over pretty good. David screwed us over pretty good. We trusted you. What the hell, man? Look. We're not dead. That's something, okay? Not yet, anyway. Oh my God. Oh my God. It's probably a butter knife and a stick of gum. They could have just shot us more than once. Oh, how fucking neighborly. What's that? What's that? Das ist das. Das ist das. Einige dieser Bereiche sind klar. Ich bin sicher, David möchte uns da gehen. Wir wissen nicht, wo wir auf dem Weg sind. Okay. Da ist Richmond. Das hilft. Das ist, wo wir sind. Und das ist, wo wir gehen müssen. So, wir müssen nur nach vorne gehen. Und um den Norden zu finden, müssen wir den Nordstern finden. Normalerweise ist es der Nordstern am Wagen. Das ist dieses Bild hier. Ich würde mal sagen, der ist es. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, das ist der große Dipper. Oh. Das ist das. Wir müssen in diese Richtung gehen. Ein bisschen was wusste ich. Das müssen wir uns schon mal zugeben. Stolz, Leiter. Keine Weile. Keine Weile. Keine Weile. Das ist super. Let's go. Das ist ein toller Bruder. Mit Baseballschläger, Messer, Beil, ohne Karte. Ja gut, die Karte ist hilfreich. Keine Frage. So sieht's aus. Mehr brauchen wir nicht. Ab in die Wildnis, meine Freunde. Jetzt geht's ab. Oh mein Gott. Da dampft mir schon die Bluse, ey. Jetzt mal ohne Witz. Was denn da los ist? So, jetzt haben wir meine Familie komplett verloren. Eleanor ist verloren. Clementine ist weg. Da könnte man jetzt schon mal... Ja. 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 Ich verstehe. Es ist immer ein Mist. Was ist das? Wer liebt. 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 Aber das ist jetzt vorbei. Ich liebe deine Wünsche. Ich bin wirklich. Ich wünsche mir mein Herz, meine Liebe. Jesus hat seine Augen auf etwas. Was hast du für uns, Mann? Hör, hör. Sag mir, das ist nicht das, was ich denke. Über eine halbe Meere. Wir gehen gleich wie wir sind. Wir können Walkers auf jeden Fall. Wir besser fahren. Okay, schau mal, Leute. Ich habe ihn. Und jetzt, wo es so spannend wird, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und möchte diesen Part nochmal mit einer Frage beenden. Kennt ihr Jesus überhaupt? Habt ihr The Walking Dead wirklich schon mal gesehen? Weil der Jesus, der kommt nämlich da auch drin vor. Es könnte eine Spekulation sein, aber er sieht genauso aus und sie nennen ihn dort auch Jesus. Einfach mal in die Kommentare rein fetzen, ob ihr es wisst. Und wenn nicht, werde ich euch vielleicht im Inside Gaming mal ein paar Fakten dazu liefern. Wenn ihr das übrigens wollt, einfach mal unten in die Beschreibung, äh, in die Kommentare rein klöppeln. Ja, und wie schon gesagt, ähm, wenn ihr mich cool fandet, wie immer, diesen Button. Für die, die jetzt neu eingeschaltet haben und nichts mehr verpassen wollen und mich richtig geil fand, dann natürlich wieder diesen da. Und viel gibt es dazu nicht mehr zu sagen. See you next time, euer Avenger. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Sayos alle, Schwede. Wir sehen uns beim nächsten Mal.